Das ist toll, aber die Hose ist mir ein bisschen zu eng. Ich glaube, wie ich bin. Viel besser! Der Rex hat aber gelitten. Oh, hast du ihn? Emis hat langsam Turrets curften und... Ja, können wir machen, ist kein Ding, ist alles ärmer. Oh, wollen wir den legen? Ja, machen wir den Affen weg. Ich meine, wir deften jetzt halt schon ewig. Äh, in 60er Rex? Wir deften halt schon ewig und... Ja. Bis mal in 2000 zu curften. Ja, ihr def ewig und weiter, den Rest habe ich nicht verstanden. Ja, ich müsste mal genügend Zeit gehabt haben, jetzt, dass wir Turrets neue haben, dass wir nicht ausprobieren können. Ja, wir haben Material, aber die halt nicht gecraftet, ja. Geh mal ein Stück zurück, Lucas. Gehen Schritt. Ja, aber dann craftet jetzt ja gerade mal irgendwie 10, 15 Turrets oder so. Jetzt nicht die übertriebene Menge. Ähm... Ja, das reicht ja schon. Die zerstören ja ganz ab und zu mal ein einziges. Nee, die haben gerade vier zerstört. Ja klar, weil der Turm ist halt gefallend. Toll. Alter, hab ich aber weggesniped. Äh, der Rex, äh, hätte man eigentlich jetzt down bekommen müssen, ne? Ich liege übrigens gerade auf einem Auto-Turret von uns Turrets, also die dürften mich eigentlich nicht wegbekommen da. Und hinter, und hinter dem ersten Turret halt. Ersten Turm. Ja, willst du den dann hier mitnehmen? Ich hab dann kurz Lamp reingepackt, dann bist du eigentlich... Reicht das erstmal in Holz oder was? Äh, komm, dich stift noch an und dann, Michael. Ich mach mich schon mal wieder weiter. Ja, okay. Ja, wir müssen da jetzt weiter, glaub ich auch. Ja. Ja. Geht der ganz sofort schon wieder verloren. Ist halt ärgerlich. Jedes Turret ist halt, ja. Ist kein so krasser Materialverlust, ist ärgerlich halt. Ja, aber ich glaub... Relativ die ganzen Raketen und so weiter, die die da verschießen, ist schon mehr Materialverlust. Ja, ist halt fraglich, echt, wie die's schaffen, ja. Wenn die... Ich denk, die sind ohne Tiere immer da. Ach, wie macht man denn nochmal... Der hat's gerade auch so weggetackt. Der Rex gestorben. Ja, die haben fünf oder sechs Hexen insgesamt in ihrer Welt stehen. Wie war denn nochmal ne Markierung auf der Karte setzen? B. B. Ichcessان korrigieren Keimen Ich kann nur diese Viecher alle so scheiße sein. Ja, richtig wieder Turrets, wir müssen so 40 Turrets aufstellen. Damit wir die absichern, damit sie nicht mehr in ihrer Welt so easy rein beganrauf zukommen. Wie viele? Ja, nicht an dem Ding man. 40 Stück, insgesamt gereicht und verteilt auf verschiedene Towers. Jetzt habt ihr den ersten Turret-Generator verstört. Was ist mit dem ersten Turret-Generator? Der erste Turret-Turm wurde zerstört. Welcher ist denn der erste? Der am Förderschen bei denen ist. Ja, der hat ja nur vier Turrets oder so. Der hat ja von heute den gebaut, der hat ja nur drei Turrets, zwei Turrets. Weil keine Turrets mitgebracht wurden heute. Ja, hier ist jemand anderes mit Dillacoleo. Was? Hier ist jemand anderes mit Dillacoleo, Darknet. Hat der Rakete gefressen? Es wird halt diesmal eine Katastrophe, wenn wir da hingehen und Material vorbeibringen. So denn, das ist doch ziemlich safe. Nee. Wieso nicht? Weil die die ganze Zeit dann nur am aufpassen sind. Nein, die passen nur vorne auf gerade. Wir versuchen gerade weiter reinzukommen. Um die drüben, jetzt die nächsten Kumpel zu spüren. Ja, aber wenn die jetzt halt... Das wären, bevor wir die Turrets bringen, schaffen alles zu zerstören da. Ja, ich vorhin eine Minute. Ihr müsst euch jetzt demnächst auf den Weg halt machen. Ja, aber wenn die es schaffen, alles da zu zerstören, dann brauchen wir doch an der Stelle gar nicht bauen. Dann können wir einfach eine andere nehmen. Ja, wir können aber an der Stelle trotzdem weiterbauen und danach einen anderen. Weil alles wegsprengen werden die nicht. Ja, natürlich, Christian. Nee. Wenn sie es schaffen, die zu brechen die Türme, dann sprengen sie auch alles weg. Alles wegsprengen können wir nicht. Dann würden sie an der anderen Stelle schon längst alles freigeräumt haben. Um gar nicht genug Raketen, um alles zu sprengen. Nee, die haben nicht genug Raketen. Ihr habt genügend Zeit vorbeizukommen, um eine neue Türme zu bringen. Bis das halt machen. Ja, dann muss schon mal einer kraften jetzt. Ja, mach. Verlissen, raus. Ja, hab auch eine Rocket gefressen. Hm. Aber ich hab sowohl den Typen als auch dem sein Dingens gelootet. Hast du hier so ein Medical Brew dabei? Ja, geht so, ne? Hä? Wo ist denn der Toilacoleo jetzt hin, der andere? Der hat da auch nicht gepfiffen. Ja, craftet denn schon mal einer Turitz? Lass mal bitte da treffen, wo wir den anderen getamed hatten. Ich hab mal einen Woll von denen hinter mir und ich bin übel low HP und hab fast keine Rüstung mehr. Alles klar. Ja, dann craftet du schon Toril zu, Robin. So, wo ich jetzt einen Scheiß verkicken darf mal. Hey, könnten halt echt auch mal ein paar Mikroraptoren tamen, ne? Dass wenn die mit Waxen kommen oder so zu den Toril-Türmen. Da bist du. Ja. Ich weiß nicht, ob der mich noch verfolgt. Wo ist der? Wo ist der? Ich bin jetzt erstmal ein bisschen safe. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen safe. Schaut nicht so aus. Oh, wo ist denn der andere Toilacoleo jetzt wieder hängen geblieben? Oh, Mann, diese Scheiß hier richtig. Oh, fuck. Ich dropp wieder falsche Sachen. Ja, craftest du mal Turitz, Robin. Ich bin sicher, die Leute, die in der Base sind, schnell auf irgendwelche Viecher setzen. Ja, weiß ich nicht. Mit dem kann man ja mit Robin, der ist ja irgendwie muted, genau. Ich bin sicher, die Leute, die in der Base sind, schnell auf irgendwelche Viecher setzen. Ja, weiß ich nicht. Mit dem kann man ja mit Robin, der ist ja irgendwie muted. Ja, setzt euch halt schnell auf Dinos, die noch da sind in der Base. Und da kommen wir eh noch einen Haufen. Ja, aber was steht denn hier noch? Warte. Da ist noch ein Scheiß-Dito drauf. Wir haben gerade den Action-Tower getankt. Den Rex könntest du hier raufsetzen, den neuen. Ja, der nächste Turm ist im Arsch. Ne, die greifen den gerade an. Ja, zwei Turm ist kaputt. Direkt da, wo ich gerade im Vorher stand. Hinter, Hero hinter uns, ne? Was ist da? Ja, sag ich doch. Da ist der Wolf. Ja. Ist fraglich, ob wir bald überhaupt an der Stelle... Warte, pass auf! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Ja! Ich hab keinen Raketenwerfer gerade. Da! Scheiße! Nicht in die Arctic gekriegt. Oh, er muss am Steigen! Oh ne, er nimmt den Schaden hin. Ja, gut, musste ja fast. Der hat nochmal Voll-Damage kassiert. Sind denn da noch Turtles am Start, Christian? Ja, unser Turret-Häuschen steht noch und unser oberes Turret-Häuschen. Also unser Haus steht noch mit Turrets. Und unser Turret-Häuschen steht noch. Das sind insgesamt wie viele Turrets ungefähr? Ja, und da stehen noch Turrets rum, die nicht zerstört wurden. Die hab ich aber nicht gelootet, ne? Ja, das geht auch. Ich werde die aufzählen, wenn da jetzt einer dazwischen rumrennt. Wir würden die zerstören, wenn wir den abziehen. Ja, wenigstens, ich hab unser Benzinproblem gerade gelöst. Ich hab beide Leute getroffen mit einer Rakete. Ja, ist down. Ah ne, der Wolf ist down, der Spieler nicht. Was? Geh die auch und beide ab. Kannst du eins nach dem anderen nach vorne bringen? Und was, jetzt? Ja, die von der Sekunde, da bin ich hier rumstehen. Kannst du eins nach dem anderen mitnehmen und da bei uns dazu unsere Welt bringen? Nö, ich versuch's. Ich wurde den Bohrart von ihm. Ich hab von oben nicht dran an dem einen. Da kommt ein Alu. Oh ja, hm. Hast du eine Heucheele gegeben? Haut ab. Bin irgendwo. Ja, ne. Hieß deiner Schock dort? Oder was tut es? Nö, ne. Geh dir die Univide-Tools noch. Da kommt einer. Voll den Schock, lol. Lass mich laufen. Naja, scheiße. Ich seh den nicht mehr. Oh, jetzt hat er gar nicht in einer Tür oder Coleus bei der Aktion verloren. Der muss hier irgendwo festhängen, oben am Berg. Ähm. Warum schießen die Türs nicht? Hä? Lass dir ja keine Rathaus an. Lass mich rein, lass mich rein. Ja, ich versuch's. Ja, lauf doch weg da. Geh weg da. Da können jetzt noch mal Szenen kommen. Mach Tür zu. Warte, warum schnippst du beim Haus mit einer offenen Tür? Die können ja viele reinschießen und ich stecke jetzt voll zu ihrem Arsch. Habt ihr gehört, dass wir nochmal Szenen kommen? Ja, wir brauchen ja jetzt nicht unendlich viele vorbeibringen. Szenen vorbeibringen reicht ja. Äh, naja. Ja, du hast gesagt 40 insgesamt. Ja, bringt halt schnell ein paar Stück vorbei. Ja. Aber wir können ja nicht zu zweit dahin laufen einfach. Wieso zu zweit dahin laufen? Das sind doch wirklich Leute. Wir können schwimmen halt, ne? Ja, wir haben... Es wurden noch Viecher getamed, oder? Ja, ich seh hier nicht viel. Wir haben ein Allo, wir haben... Wir haben ein Philokuleo. Ich lieg vor der Base, G&G. Ja, ich hab keine Rüstung. Also vier Stück hin, wenn man kommen könnte. Und vor allem zu zweit ist auch ein bisschen scheiße. Ja, wir sind davon wie Leute, die sollen halt bei ihren Arsch gehen. Ja, aber wenn die tamen sind, sind die ja logischerweise gerade nicht da. Dann sollen die zu Ende tamen und dann heimkommen und dann losgehen zu uns. Ja, wann soll ich da sein? Ja, am besten jetzt drücken. Der Typ läuft von uns aus runter Richtung Strand zu so einem blauen Airdrop. Aha, alles klar. Ihr müsst dann, also so ein Tivo müssen auch bald nach Hause kommen. Gut. Wer von uns am Stargate? Im, 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 im Dings? Äh, im Sumpf? Naja, ist okay. Ach man, können die mal Rüstung dabei haben, die noch heil ist? Von da aus Sachen weiterlaufen, oder? Ja, läuft. So, mit einer Katze? Ne. Hier ist einer mit einer Katze. Ah, ich glaub ganz komplett scheiß Darknet rennt uns hinterher, ey. Das ist jetzt, die campen wirklich das Stargate. Echt? Unser oder da wo du hin willst? Da ist Pio. Die stehen da in der Ecke, warten bis einer durchkommt und erschließen den dann. Die stehen da schon seit einer halben Stunde bestimmt. Ja, aber du bist doch gar nicht tot. Gleich. Ja, dann komm halt nach Hause, Vivo, ne? Wir müssen da gleich Tores bringen. Ja, ich leg schon gedäubt rum. Ich wollte eigentlich die Katze noch wiederholen, weil die die noch nicht gefunden haben, aber... Ja, die, äh, der campen wirklich die ganze Zeit irgendwo, wann es da geht. In der Ecke rum. Ja, das gibt's doch nicht. Wir müssen halt gleich mit allen Leuten Tores vorbeibringen. Die noch, also die nicht gerade da sind, also... Alle Aussage, Rasa und Christian. Geh mich gleich, Mann. Scheiße, Mann. Was machen die? Geh mich gleich. Alter, ein Königreicher, damage zu einem mal wieder. Ja, dann spawnen halt jetzt nächstes Mal uns in der Base. Wieso kämpft der gegen Fritzi? Wann? Weil er da an die Luft war ja. Und, äh... Ja, er ist hamed hat. Denken langsam unsere Tauer leer hier. Ja... Sind schon alle auf dem Weg nach Hause, denke ich. Ja, wir suchen gerade Stargates. Ja, eben. Ich lauf auch grad zum Stargate. Ich lauf auch grad zum Stargate. Heiße, Mann! Takoda ist aber tot. Gestorben gerade. Ach, hier ist doch was der Typ alles dabei hatte, ne? Dein Stamm tötete Alicee neben mir das? Äh, jaja, Redwood gerade. Ja, Takoda ist auf jeden Fall gestorben gerade, ey. Der wollte wahrscheinlich abspringen und Tore zerstören. Ah, Juro, ich bin bei dir. Ja, da steht ne Katze von mir von Darknet. Den Tülakoleo von Darknet. Oder hast du Takoda gekillt? Der hat den angeschossen und der hat den Rest gemacht. Alter, was dieser Alicee alles dabei hatte, ne? Aber der hatte noch einen Maid hier. Aber die haben beide keine Rüste mehr. Der ist ja hier von, äh... Ja, macht euch halt mal... Alle müssen jetzt halt bald mal nach Hause kommen. Ja, wir sind ja auf dem Weg. Wo ist das Gate von hier aus jetzt? Rechtslang oder linkslang? Ich bin auch auf dem Weg. Äh, hier einfach weiter dem Ding ins Folgen. Warte, der olle Tülakoleo backt hier immer so viel an. Ja, das Haus ist so für die Daumen, ey. Das hat viel für die Kugeln. Ähm... Ich geb dem Typen gerade mal nen Sattel, dem Tülakoleo. Wo wir grad stehen. Dann setz ich mich auf den drauf und das ist auch gefällt. Wenn's geht, wenn's geht... Obwohl, ne, warte. Wenn's geht, wenn's geht... Wenn's geht, rennt einer jetzt los mit Raketenwerfer, mit irgendeinem Zier... Ja, wenn einer geht, ist totaler Selbstmord, Christian. Wenn einer geht, ist kein Selbstmord, Christian. Wenn einer geht, eben ums Haus zu rennen mit Raketenwerfer, die davon abhält, die Tüls zu zerstören, wird viel helfen. Irgendjemand, der mobil ist und die bisschen, äh, aufhält. Okay, dann, das war der unterwegs. Was ist? Äh, nee, äh, Scheu, äh, Ghost, mein ich. Was, wer ist wo unterwegs? Der endet nur wieder am Tod, wenn da jetzt einer hingeht. Nein. Und wenn er jetzt stirbt, ist auch nicht so schlimm. Ja, dann verliert er seine Künfte. Ist ja halt gut, wenn das Haus nicht zerstört wird, um dieses Lut und die ganzen Tüls zu zerstören. Warte, warte, was ist denn jetzt an dem Haus? Das Haus ist gleich zerstört, wenn ihr eben müsst jetzt losgehen. Oh Gott, ja womit denn? Geht ne Wand, oder was? Soll ich ne Wand mitbringen und an uns setzen, dass sie denn nicht drin sind wieder, oder was? Ja, in... Wand ersetzen. Neuen Tül-Turm, Albe Tüls, Munition, Also wer wächst ist, die man 50 ist, das geht, Ghost. Ja, ich weiß, ich hab nur grade den de la Colleo von dir mitgenommen, weil der einfach zu behindert ist dir zu folgen. Ich reite jetzt auf dem. Ab, Alter, ich... Ab, Alter, ich... Ok, jetzt auf. Verkennen wir am Gnophone. Ab, Alter, ich bin absolut. Nein, 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 nein. Ich bin absolut, Wahnsinn. Ich bin absolut, wuibe ich nicht in einem Schatten und in meinem Schatten. Ich bin absolut, warte, ich bin dolles revez. Untertitelung des ZDF, 2020